Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. I'm looking for my friend Joe. I think I need a room for three days. Have you seen her? Well, I remember every person here. Good. But only I am here since yesterday. Namaste. Excuse me. I'm looking for my friend Joe. Have you seen her? No, sorry. Haven't seen her. Are you sure? Yeah, I'm sure. I'm looking for my friend Joe. You have two Schnittpunkts. And the right between the Schnittpunkts. This is the right. Kathy, kannst du bitte endlich mal deine Nachrichten vom AB löschen? Da geht nix mehr drauf. Ich hab's ja gestern schon mal gesagt. Sag mal, siehst du nicht, dass ich gerade mitten am Lernen bin? Ich mach's später. Später, später. Wie oft muss ich den Scheiß eigentlich noch hören? Übrigens, den Jens hat getroffen. Du sollst ihm endlich seine T-Shirts bringen. Du kannst dem Jens ja mal sagen, dass er seinen Scheiß-Trick selber holen soll. Sag's ihm selber. Bin ja nicht dein Hibi. Bist du gar nicht mal mit dem Jens zusammen? Warum sagst du denn nix? Bitte, erzähl mal. Ich werd wahrscheinlich durchfallen. Du, zur Wahrscheinlichkeit gehört frei auch, dass ab und zu mal was Unwahrscheinliches passiert. Ja, super. Wollen wir vielleicht doch ein bisschen den Kopf freibringen? Vielleicht. Wir sind aber netzan. Hey, du kannst doch nicht das ganze Bier wegdenken. Das gibt's nicht am Kiosk zu kaufen. Oh, sorry, ich hab's so durch gehabt. Ich sag dir morgen wieder eins. Ah, morgen bin ich schon weg. Schade. Hey, willst du dich ein bisschen setzen? Gerne. Cool. Bist du Schweizer, oder? Ja, halb Schweizer, halb Südafrikaner. Ich bin halb Tandern, halb Hilgertshausen, aber ein bisschen mehr Tandern. Kennst nicht, gell? Nee. Und wo fährst du morgen hin? Da hoch, nach Nilikiri. Da ist so ein Yoga-Retreat beim Yogi Kutana. Kennst du jetzt auch nicht, hä? Aber ich glaub, meine Freundin hat das schon mal erwähnt. Den Yogi, der macht doch... Macht ihr nicht das Yoga, wo jeder mit ihm... Nee, das ist was anderes. Das ist ein Stanker, mein Soul-Style, Vinyasana Flow. Ah. Ja, kenne ich jetzt nicht. Bist du das erste Mal in Indien? Ja. Aber ehrlich gesagt, bloß, weil ich jemanden suche. Daddy Jo, Freundin von mir. Josephine. Hast du dich schon mal gesehen? Nee. Kenn ich nicht. Hm. Schade. Hat so fast nichts verändert. Ist das gut oder schlecht? Gut. Und schlecht. Das sind fünf Jahre vergangen. Die Zeiten ändern sich halt einmal. Wenn man weg ist, dann ist man halt mal weg. Aber deshalb ist man hier doch nicht lange weg. Schönen! Schönen! Kati, Ebens, die Jo, ich brauche die. Irgendwas ist da passiert, das spüre ich. Ich muss da hin. Mach dir keine Sorgen, okay? Walter. Hubert. Ich müsste es nach ihm hier. Kommt überhaupt nicht in Frage. Wann, Kapitänia? I'm looking for my friend Jo. Have you seen her? We are searching both of them. Alle zwei. Zwei. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen meditieren und so. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Oh. Na, ist sauber, Jo. Treibst ihn dann bloß wieder rum. Let's go! Noch ein bisschen zurückkommen. Sag mal, wo ist Kathi? Wie, wo ist Kathi? Das weiß ich nicht. Ja, aber die sucht dich doch in Indien. Was? Zur Wahrscheinlichkeit gehört eben auch, dass ab und zu mal was Unerscheinliches passiert. Was schaust du denn so blöd? Ich schau nicht blöd. Denk positiv. Der Krach. S pennig. Jawab. Die Krach. photonik. Oh, ja.